Hey, und willkommen. Zu Beginn werden wir einfach mal einen Dos erfüllen. Schrott, Schrott, Schrott. Hm, ach man. Tja, wir sehen uns in der Runde. So, hey, willkommen in der Runde. Auf der Map, Crystal. So. Nachdem ich jetzt ein paar Teamrunden probiert habe, habe ich wieder mein Vertrauen in die Menschheit verloren. Und spiele jetzt doch ein paar Einzelrunden. So, wahrscheinlich will wieder direkt einer Stress. Ich hoffe es zwar nicht, aber vermutlich will es wieder einer. Deswegen will ich direkt gucken, dass ich mich ausrüste. Und mein Bett ein bisschen einbauen. Ich habe die Map bisher einmal gespielt. Deshalb ich wenigstens weiß, wo das Bett ist. Okay, scheint so, als würde doch keiner Stress wollen. Das ist doch schön. Wenn ich einfach ein bisschen im Frieden leben kann, waren da jetzt schon wieder die Erschuhe. So. Stress, bitte sagt nein. Oh, okay. Sieht so aus, als würde es... Nein, heißen. So, ich hätte gerne... Eine Kiste. Die verstecke ich jetzt. Da unten. Damit mir keiner was daraus klaut. Nehmen wir schon mal hier das Eisen. Und... Tu es in die Kiste. Hey, Max ist gestorben. Nicht Max, nein. Okay, ich boh mich in die Mitte. Ach, dann rette ich halt mein Bett und recke den weg. So, nehm ich das Eisen nochmal. So. Kauf mir direkt besseres Zeug. Wow. Also, Leute, der Typ, der weiß nicht, wer man spielt. Der hat's drauf. Oh, Leute, mein Hals, ne? Das ist nicht mehr normal. So, ich hoffe, der steht jetzt nicht gleich hier. Hey, ne? Tschüss. Ja, perfekt. Ernsthaft, der hat das Spiel verlassen. Das sucht man schon. Sind wir prob' ich trotzdem ab. So. Hier steht. Oh, hier ist Gold. Hier. Geil. Ich zu dem rüber. Ich warte, glaube ich, noch ein bisschen ab. Ernsthaft? Ist der jetzt ernsthaft rausgegangen? Beleidigt ihr mich? Komm, bitte beleidige mich. Los. Okay, GG. Ach, Alter. Na, Bofatim. Das geht ab. Okay, wir sehen uns nächste Runde. Stimmt. Okay. Okay. Ja. Ja. So, Ausdruck, GHG. Bitte. Bitte. Enttäusch mich nicht. Du bist die letzte Chance. Ich bin bloß in der Teamrunde, weil es Antik ist und ich mag die Map Antik. Und das ist das verdammt nochmal letzte Mal, dass ich es versuche, mit irgendwelchen Teammates die Kutze zu spielen. Also enttäusch mich nicht. Ich behalte dich im Auge. Ich behalte dich im Auge. Till, Till, Till sie end und so. Ach. Ach, Mann. Oh, ist doch GHG. Warum das Ganze? Zieh dich. Oh, Alter. Oh, Alter. Jetzt baut der sich wieder so hoch. Oh. Hey, na. Hört, solange es nicht unser Wett ist. Jetzt. Spawn Gold. Bitte. Ja, ja, auf geht's. Voran mein Held. Voran mein Held. Auf geht's. Jetzt down. Kann er jetzt mal ein bisschen Gold spawnen? Bitte. Ja. Okay, ich kaufe mir jetzt als allererstes einen Bogen. Ein Schwert habe ich ja. Oh, Gott. Enttäusch mich nicht jetzt, Dawn. Zeig mir, dass du was kannst. Bitte. Ich würde gar nicht wissen, von wem das weggemacht wurde. Ist das mein Teammate gewesen? Falls ja, Applaus. Falls nein. Wow, gut gemacht, mein Freund. Hahaha. Wow. Was für ein Asozialer. Also wir haben auf jeden Fall einen sehr netten Teammate. Ich habe so keinen Bock mehr so langsam auf diesen Drecksmodus. Es ist wirklich unfassbar ohne Scheiß. Mit diesen Pissern und scheißen Knockback-Schmuschi-Stücken. Es fuckt mich nur noch ab. Wieso kriegt der mich denn? Damit sich hier auch keiner retten kann, baue ich alles ab. Ich habe jetzt Gold und dann kämpfe ich in der Mitte mit einem Bogen und hoffe, dass mich keiner kriegt. So. Hier ein richtiger Mann. So. Nein. Das kannst du vergessen, Freund. Und ich hole mir jetzt auch nicht einen überkrassen Bogen, sondern einen normalen und safe mit dem Gold. so. Als ob. Wow. Der Typ, der da gerade stand, ist ernsthaft runtergefallen. Gebo, leck mich am Arsch. Gebo, leck mich am Arsch. Ja. Easy. Bad game. Natürlich. Der ist wahrscheinlich jetzt noch nicht mal mehr drin gewesen, wo ich das geschrieben habe, oder? Der Nebelboss. ZZ. Was, Bad Game, hast du dich verschrieben? GG. Naja, ich denke, das wird wahrscheinlich genug gewesen sein für einen Part. Und deswegen, bis dann und ciao. Jetzt nach weiter nach vorne hin, bis dann waren wir adaptations.